hallo meine liebe mitmännchen mein name ist die die uns hier ist mike mike ist am boden zerstört ich weiß nur wissen autobahn gefahren und auf einmal habe ich nur noch wir wissen nicht was basiert ist aber ich sage euch auf jeden fall kam ein tier hier hast du gesehen dass ich habe nur buch ich weiß nicht was für ein tier auf jeden fall ein großes tier genau so sagt davor gar keine chance und ich dachte mir so ach du scheiße okay ich habe nicht gesehen das tier war ich habe nur ein buch gehört das ding ist man traut sich jetzt nicht aufzusteigen um das auto anzugucken vielleicht gucken ich weiß nicht ja nicht dass das tier da noch klebt oder ich steige auf gar keinen fall aus der einen muss doch aussteigen jetzt ich warte noch polizei okay ich gehe gucken ich kann ich kann ich kann ich kann ich kann mir ich kann nicht sehen ich kann ich warte bis polizei kommt okay da ich im dschungel camp war bin ich ein bisschen abgehärtet glaube ich finde ich war ein tier seh oder so okay ich gehe gucken ich weiß ich weiß nicht wie ich erklären soll aber hallo mein name ist Gigi Birofi es ist 23.30 Uhr ja die lage ist gerade die erstmal ein kleines gebet für das tier was gestorben ist ein kleines gebet machen das zweite problem ist das auto tut gerade nur wasser verlieren die ganze zeit tut es gerade wasser verlieren ich glaube dieses kühlding ist auf jeden fall kaputt aber das tut es auch die ganze zeit anzeigen das dritte problem ist ich traue mich nicht richtig rein zu gucken weil ich glaube ich habe ein gefühl das das tier noch kleines gebet für das geht ja ja Ja, hat schon was zu sagen, Weiß kommt gerade nicht klar. Auf jeden Fall haben wir Fast & Furious, wie viele Teile gibt es? 8? Wir haben Fast & Furious Teil 9 und Teil 10 gerade gedreht. Wir haben Fast & Furious Teil 10 und 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 Teil 11.